So Leute, wir hatten gerade Lagebesprechung, ein neues Video auf diesem Kanal, ja, Schlacht um Mittelerde Uno. Wer sich fragt, warum eins, schaut bitte auf Sterzix Kanal, äh, unser letztes Schlacht um Mittelerde. Ja, das ist jetzt so ein seichtes Herr der Herrenringe, würde ich sagen, ähm, auf entspannt, jetzt nicht hier voll im Kostüm und, ne, das heben wir uns auf für unsere Hauptkanäle, beziehungsweise du hast ja nur einen, du Loser. Ähm, ja, wir dachten uns, oder vor allem ich dachte mir, Sterzig war damit noch nicht so konform, ähm, wir zwei gegen sechs schwere Armeen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mach dir mal bitte alle Mordor. Alle Mordor. Ja, ja, ja. Ich sieg dir daran. Ich kam darauf, weil, ähm, ich früher, als das Spiel rauskam, als Kind, als Teenager, ähm, immer alleine gegen siebenmal, also allein gegen siebenmal Mordor gespielt hab. Ich weiß nicht mehr, das war leichte oder mittlere Armee. Und ich fand's übel geil, mich als Gondor einzubunkern. Und du hast ja diese geile Festung bei Schlachten mit Leiter 1, auf den Mauern richtig viele Katapulte zu haben. Und wie im Film bei Schlachten mit, äh, bei Schlachten mit Leiter 3. Bei Herr der Ringe 3. So satisfying, wie diese Katapulte riesige Mauerblöcke ballern und die so über diese Org-Bataillone drüber rollen. Äh, ich fand das im Film so satisfying. Versteht ihr, was ich meine? Das stimmt tatsächlich, ja. Ich weiß, welche Szene du meinst. Ja. Und, ähm, ja, wir werden uns, also Gameplan ist, wir bunkern uns massiv ein und sterzig muss carryn. Ja, geil. Mit einer kritischen, mit einer kritischen Masse an, ähm, Reitern. Und wir müssen dann versuchen, übers Durchhalten, ähm, Spells zu leveln, ne, und dann die intelligent einzusetzen. Ja. Und dann wirklich mal einen nach dem anderen rausnehmen. Irgendwie. Ich muss dazu auch sagen, in meinem, in dem letzten Part, der bei mir kam, da hab ich zum ersten Mal Schlachtung Mittelehrer 1 gespielt. Hab richtig verschissen. Und deshalb bin ich, glaub, hab ich auch echt Angst jetzt. Ja. Aber, ähm... Hast du seitdem einmal gespielt? Ja. Ein einziges Mal. Wir haben einmal abends gespielt, ne? Nee, ich glaub, das war tatsächlich noch vor der, oder, oder davor. Ich bin mir grad nicht sicher. Aber seit der Aufnahme hab ich nur, glaub ich, einmal kurz gespielt. Boah. Aber auch nicht durch. Deshalb bin ich sehr gespannt. Wir können loslegen, würd ich sagen. Ja, von mir aus auch. Leg los. Abfahrt. Also, einbunkern und aufs Belz gehen. Ehre. Genau. Guck erst mal, dass so richtig viel... Äh, du brauchst Gehöfte, glaub ich. Genau, du kannst auch nur Gehöfte machen. Erst die draußen, denk ich. Zumindest das eine hinten. Ich weiß nicht, ob sich das wieder rentiert, bevor die Gegner zerstören. Weil die werden um uns herum alles platt machen, ne? Ja, klar. Also, wir werden da außerhalb... Ja. Ich denke, ein Brunnen ist essentiell vorne am Tor. Richtung Front. Ja, aber erstmal müssen wir halt echt hier... Ähm, ich glaube, ich kann ja auch Kavallerie machen, aber ich geh mal auf, ähm... Ich hab gar keine Truppen. Ich hab auch keine. What? Okay, so viel dazu. Dann, dann, Baller... Hier, direkt Auge... Dings. Ey, und ich hab ein Höhlen-Troll vor der Tür. Was ist denn jetzt los? Ja, ich hab jetzt direkt... Ich muss jetzt ja einhalten. Hallo? Na, mach erst mal Gehöfte. Bis du vier Stück hast oder so. Ich weiß nicht, wie viele Slots du hast. Ich habe... Sieben, I think. Oh, Mann. Sterzig. Gehöfte. Was brauchst du denn da? Ja, was denn? Die kommen doch noch gar nicht. Du musst jetzt erstmal Ressourcen kriegen. Ja, du, wir haben eine fette Festung. Die kommen doch gar nicht rein ohne Belagerungssachen. Restart, restart. Ja, okay. Also, wir sind sehr nah beieinander. Wir haben aber... Ja, wir kommen über hinten. Zum jeweils anderen. Ja, und wir haben auch hinten jeweils hinter unserer Festung... Boah, die können ja auch von rechts kommen. Ja, von überall eigentlich. Ja, außer so wirklich von hinten. Ist halt wichtig, früh halt die Ressourcengebäude zu bauen, weil die leveln ja über Dauer. Ja. So, was will ich? Ein Brunnen. Also, ich brauche auf jeden Fall... ...ein Steinbruch, glaube ich. Ne, kommt nur am Marktplatz. Ja, Wirtschafts-Upgrades. Ja, der ist krass. Den habe ich zum Beispiel bei meinem Spiel gar nicht gebaut. Echt? Okay, der ist halt insane. Also, ja, ich glaube, ich baue jetzt erstmal einen Schießstand. Ähm, damit ich außerhalb jetzt hier das Gehöft bauen kann. Das ist nämlich billig. Brauche ich dir hin ein kleines Außen. Das kostet auch 300. Das Nebentor. Das ist immer so geil, diese Bilder aus den Filmen. Ich will unbedingt diese Trilogie wieder gucken. Ich kann sogar Elbenkrieger hier ausfüllen. Ist ja geil. Ja, wenn die upgraded sind. Das ist auch ganz nice. Also, vielleicht ist das auch erstmal so dein Early-Game, ne? Aber erstmal Gehöftet. Ja. Aller jetzt Gehöftet. Gondors neuer Schießstand ist bereit. Ist ja gut, ist ja gut. Ich kann hier auf Waldläufer, die knallen. Vor allem sind die unsichtbar. So. Dann jetzt als nächstes der Marktplatz. Als Helden... Ja, Gondor hat Scheißhelden. Außer halt Gandalf. Aber der kostet 6.000. Ja, ich gehe jetzt auf. Ich hole das viele meines. Erstmal Gehöftet. Ja, ja, klar. Als Long-Term... Ziel. Ja, genau. So, eine Schmiede ist zum Beispiel bei mir jetzt schon verbessert. Das ist Arrow. Es geht schnell. Gut, gut, gut. Okay, wir kommen schon... War die Kompass schon? Ja, Parade. Okay. Ja, die kommen halt nicht rein, ne? Also, ein Bogenschütztrupp auf der Mauer oder so. Und, äh... Dann können wir schon gut arbeiten. Der will, glaube ich, bei mir... Mach dein Tor schon mal zu, falls du noch nicht hast. Hast du schon. Ja, hab ich, hab ich. Ach, der schmeißt die Speere. Das ist ein Speerschmeißer. Oh, lol! Ja, ja. Aber dann schickt die danach einfach zum Brunnen. Fertig. Ja. So, Marktplatz war M. M für Marktplatz. Finde ich gut. So, und danach kannst... Ey, fliegen die Augen Saurons rum, ey. Die decken mich richtig ab. Ja, bei mir war gerade auch eins. Ja, zwei aufeinander, ey. Richtig Klonaugen, ey. Jo, mit beiden. Krass. Stressig. Jetzt haben wir wenigstens eine Festung, ne? Letztes Mal war ja so ein blöder Post. Ja, ja, ja. Letztes Mal war Kacke für dich, Bruder. Wir haben die Schmiede verbessert. So, Schmiede verbessert. So, hier kommt mein Nebentor hin. Error. So, ihr kommt jetzt auf die Mauer. Bei Schlacht in Mitteleerde 1 gibt's halt auch Formationen vermehrt. Ich weiß nicht, ob es bei 2 die auch gab. Zum Beispiel Kai-Formation macht halt... Jetzt kann ich bei meinem Bogenschützen auswählen. Kai-Formation mehr Schaden, aber weniger Rüstung. So, basically. So, Brunnen. Bei mir oben geht's rund. Ja, jetzt langsam Truppen bauen, ne? Das ist sehr gut, wenn meine Katapulte... Stahl aus der Schmiede. Oh, 20% mehr Money. Okay, krass. Gehöfte. Wo macht die weg jetzt? Oh, die sind ja schon geupgradet. Oh mein Gott! Was ist los? Alter, der hat mich aber ge... Also, gemacht. Ja. Krass. Okay. Ich bleib erstmal drin. Also, hier kommt einiges. Die Sache, wie es ist. Oh, lol. Ich kann ja hier Bauern machen. Alter! Alter! Okay. Wir müssen jetzt bauen. Jo, unbedingt. Oh shit, die gehen richtig auf mein Gehöft draußen. Das Gollum! Ja, ja, das Gehöft musst du direkt vergessen. Ja. Ich denke auch. Alter, guck dir mal! Oh mein Gott! Die wollen, glaube ich, erstmal dich bumsen. Die rennen alle zu meinem Gehöft vor allem. Junge, das ist ja... Die Armee Saurons. Ja, klar. Wären die da oben gehealt? Ne, ne. Opa-la. Alter, scheiße. Ja, ich brauche auch nichts auf die beim Mauern stellen. Das bringt ja gar nichts. Ja, Türme, ne? Ja, ich glaube auf Türme eher. Türme und Katapulte. Ja, und lieber leveln und dann saven. Ja, ich pumpe ein paar Waldläufer. Rüstung sind halt wichtig. Können die Waldläufer Rüstung haben? Okay, ich baue jetzt hier einen Katapult, ja? I start. Oh Gott, ey. Gaunert der ja auch. Okay, du hast auch Spells, ne? Don't forget it. Yes. Die, ja, die können halt nichts machen. Ohne Belagerung. Wir müssen jetzt... Oh, keine Bauern. Achso, hast du gerufen oder was? Ne. Ähm, ne. Schön, schön, schön. Alter, sind da viele. Ruch da. Okay, ich brauche halt eigentlich wirklich nur Reiter. Die hieten die halt richtig weg dann. Ja, ja, ja. Ist richtig. So, jetzt kommen die langsam zu mir. Aber ich habe jetzt Katapulte. So, zum Brunnen. Ja, die wollen nicht... Okay, jetzt kommen einige zu mir. Aber das ist kein Ding. Die kommen halt noch nicht durch, ne? Hä? Die kommen halt noch nicht durch, ne? Ja, ist richtig. So, jetzt habe ich einen Verbogen-Schützen. Scheiße, Bruder. Ich muss auf jeden Fall... Gibt mir einen angegriffen? Nö, halt gut. Okay, jetzt geht's langsam ab. Aber... Jetzt ist, wie ich sagte... Es ist satisfying. Ja, true. Und die greifen die Weidläufer nicht an. Warum auch immer. So. Mit Rechtsflick machst du Fähigkeiten, ne? Ja, äh, äh. Ja, die wasten ja alles rein. Das ist Ehre. Ehre. So, jetzt kann ich auch schon bald Elben rufen. So können wir uns auch immer ganz gut supporten. Alter. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Alter, es sind halt so viele. Ja, ist kein Ding. Ich mache jetzt, glaube ich, wirklich Türme. Ja, ja. Türme ist... Good shit. Geben Türme, ähm... Fähigkeitspunkte? Ähm... Ja, wenn die Feiten, klar. So, ich reite da jetzt mal rüber. Bei dir. Räume ein bisschen auf. Für dich, dass wir das einmal lichten. So, rein da, Jungs. Ja. Wir werden angegriffen. Ist halt geil. Geil. Reitet sie alle nieder. Ladet die Belagerungsmaschine mit den Trümmern. Erledigt sie. Heil ich mal deine lieber. Meine können ruhig gewastet werden. Da kommt der erste Nazgul. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Feuerfeile. Sofort. Au. Okay, der ist aber schon Half-Life. Und ich kriege Ressourcen wieder. Ja, er ist tot. Bei mir ist auch ein Nazgul. Ist tot, meiner ist tot. Elben rufen, ne? Mein Lager ist tot. Wie bitte? Mein Lager ist gleich down in der Mitte. Äh, was? Ja, ich weiß auch nicht. Hast du den die ganze Zeit nicht bemerkt? Ja, es ging halt übel schnell. Der macht richtig Damage. Er ruft da Elben rein. Produzier Bogenschützen. Noch keine Reiter, nur Bogenschützen. Hast du ein Nebentor? Ja. Okay. Ich guck mal, inwiefern ich den angreifen kann mit den Elben. Ja, geht los. Ich hab jetzt auch ein paar Elben rumschützen. Geil, es kostet ja nur 700. Ehre. Okay, der Nazgul ist Half-Life. Okay, die können keine Rüstung kriegen. Das ist natürlich schwierig. Kann ich das stacken? Ne, der Upgrade wurde gekauft. Okay, ich will jetzt auch anfangen mit Reitern bald. Jo. Der Nazgul hier ist gleich down. Okay, sehr gut. Du musst dein Hauptgebäude dann nachbauen, ne? Das ist wichtig. Ja, ja, ja. Kostet zum Glück nur 1000. Okay. Nice, nice, nice. Du brauchst erstmal ein paar Elben und Türme, bevor du jetzt auf Reiter gehst. Ja. Und Legolas, Legolas rumpfst halt die Viecher in sie weg, ne? Okay, ist der nächste Nazgul? Echt ja, krass. So, die kriegen jetzt alle Feuerpfeile. Der schießt diese dunkle Brut. Ja, recht haben sie. Okay. So, was ist mein Gameplan? Ich werde jetzt noch ein paar Weitläufer machen und dann fange ich an. Schönes Ding. Dem schenken wir nichts. So, ich glaube, die schicke ich jetzt nach hinten raus. Sei vorsichtig. Scheiße. Scheiße. Geil. Ja, aber so leveln die immerhin. Ja. Ich glaube, die Elben können auch Rüstung haben. Und Leute am Ramburg. Geil. Die sind gut gegen Katapulte. Wie im Film, ne? Äh, mein Tor ist auf. Wo sind denn meine ganzen da? Oh ja, der macht echt Damage gegen das Hauptgebäude. Aber du musst ihn schon eine Weile nicht bemerkt haben. Ja. Also ich glaube, ich muss ein Katapult, ein Turm immer. Damit die so ein bisschen auch gedeckt werden. Ja, ich glaube, ich bin dead. Nein, nein. Was? Ja. Ich habe halt jetzt gerade eben zwei gleichzeitig von den Nasskuren drin gehabt. Die Frage stellt sich, was hättest du besser machen können? Ich hätte am Anfang direkt gehöfte. Ja, den scheiß Ramburg bemerken können. Ja, Sachen bemerken ist gut. Und Am Anfang noch keine Reiter. Eher Türme. Drumherum nur Türme. Bogenschützen. Legolas früh haben. So, ich mach den Ramburg weg vielleicht. Kannst du Elben beschwören? Achso, ja? Nee. Nee? Echt nicht, ey? Okay, ich schicke mal eine Waldläufer rüber. Gucken, ob ich den... Kannst du das Tor reparieren? Äh, nee. Ist nicht schlimm, stellt sich. Wir haben das. Ja, ich bin sehr gespannt. Vom Katapult rein? Äh, sehe ich. Ist kein Ding, wir haben das. Hintertor ist ja aktiv, ne? Meine aktiven Freunde. Oh, jetzt sind die weg. Hast du Rohirrim oder Elben, die du beschwören kannst? Nee, ich hab gar nichts. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich bin dead. Nein, nein, nein. Ich kann ja keine Truppen mehr. Krass. Ich kann auch mein Tor nicht reparieren, for some reason. Ja, weil du nicht, äh, okay. Weil du wahrscheinlich nicht... Vielleicht weil Leute in meiner Festung sind? Ja, oder du hast die Ressourcen nicht. Doch, doch. Ja, Nascule, oah, Hexenkönig. Von Wallah. Von Wallah. Fresh Hex. Fresh Hex. Ja, also das Ding ist, tatsächlich ist Rohan ziemlich gut gegen, ähm, Nascule. Ja, eigentlich muss... Weil die Helden können alle so ein Speer werfen, weißt du, wie im Film. Mhm. So Eomer und Eowen. Und, äh, ja, das läuft ganz gut immer, eigentlich. Ja, ich bin jetzt leider auch down. Bist du? Ja. Nee, ja, gut, ich hab jetzt hier keine Truppen mehr. Den kann ich, glaube ich, jetzt schön absnipen. Schön, das Ding. Weggesniped. Ja, wollen wir neu starten dann? Können wir sehr gerne versuchen. Ich will jetzt einfach wirklich nur auf Bogenschützen gehen. Und auf Türme am Anfang. Du hast Türme gebaut? Nee, ich würd jetzt nur auf Türme und Bogenschützen gehen. Ja, ja. Direkt. Ja. So. Ich werd diesmal mehr Gehöfte bauen, weil... Ich hab so ein Upgrade in den Marktplatz, dass Gehöfte 40% mehr produzieren. Dann baue ich nur eine Schmiede für Upgrades und sind meine Upgrades zwar overall teurer, aber ich glaube, wenn ich dann so auf den Gandalf gehen möchte oder so... Ja, lohnt sich. Besser, ja. Wunds ich auf jeden Fall. Ich hab hier halt auch so einen Steinbruch. Stärktore und Türme. Ich glaube, den werd ich auch dann mal bauen. Anstelle des Stalls. Weil den hab ich jetzt eh erstmal noch gar nicht genutzt. Musst halt direkt gucken, ne? Wie optimier ich's? Stärzig. Wir brauchen halt viel Kohle. Läuft schon wesentlich besser. Jo. Aber an deiner Stelle würde ich die Gehöfte erstmal nur hinbauen, ne? Du hast jetzt neben dem Turm eins gebaut. Da wär auch ein Schießstand gut gewesen später. Weil dann sind die direkt da vorne. Aber ja. Was brauchen wir direkt? Was hast du gesagt? Wir brauchen halt direkt viel Kohle. Ja, ja. Wir müssen die... Wir müssen... Genau. So. Also so früh Truppen brauche ich gar nicht. Die kommen ja erstmal auch gar nicht mit Belagerungssachen. Die stehen dann ja nur rum. Hm. Das heißt, ich baue jetzt als nächstes direkt... einen Markt. Schießstand. Brunnen. Steinbruch. Ja. Ne, Werkstatt. Ne, Steinbruch. Ne, doch. Gondor kann man sogar nochmal fette Türme innerhalb der Base bauen. Auch Ehre, ne? Echt? Warte mal. Boah. Pass auf, viele Slots. 20. Mich würde mal interessieren, wie viel... 40, oder? Vielleicht kommen die Ticks auch einfach nur schneller. Natürlich auch sein. Mathe, Mann. Aber selbst das wär ja schon nice. Der Erntesägen ist da. Yo. Yo. Jetzt machen die 31er Ticks. Und die Stufe 2 mal ein 37er Ticks. Alter, krieg ich jetzt money in the bank. Holy shit. Gut, ich brauche nur noch... noch ein bisschen. Nicht mehr viel. Schießstand. Ich schwimme auf einmal in Ressourcen, ne? Brunnen. Schmeckt. Warte mal. Heldenkosten werden gesenkt. Ich schwimme auf einmal in den Ressourcen. Das cool. Boomst halt von allem heftigsten. Wir müssen sie aufhalten. Jetzt! Ich vertrete die Elben aus dem Waldlandreich. Schön. Der One-Shotted hier alles. Schön. Los Legolas, du levelst jetzt. So, wie viel billiger ist jetzt Gandalf? Hä? Ist genauso teuer. So ein Bullshit. Get scammed. Jo. Hier Legolas ballert wie... Jaja, der muss alles wegschnacken. Wie der Ballermann. Jaja, das ist insane. Gehen jetzt leider auch alle zu dir. Ja, und jederzeit runterholen, wenn er kurz vorm Tod ist, ne? Und zum Brunnen. Ich würde ihn jetzt schon zum Brunnen holen. Lieber save. Better save than sorry. Sehr gut. So, Catapult is ready. Die Türme machen aber auch schon Arbeit. Sehr gut. Genau, die Forschung brauche ich. Die Türme leveln tatsächlich auch. Das ist der... Echt? Mhm. Okay, das... Meine... Meine nicht. Ist ja nicht? Crazy. Bei mir geht's nicht rum. Sie sind hier. Wollen Sie! Alter, wieder die Welt. Zielt auf den Hals! Zielt auf den Hals! Hehehehe. Oh, scheiße. Zaudert nicht! Zaudert nicht! Ah, das ist jetzt gleich Stufe 4. Ehre. Error. Was hat der hier her, Meister? Erfahrung für... Oh, geil. Sie haben angegriffen. Da komm ich bis heute nicht drauf klar, was sie... Was sie eigentlich von mir wollen, weißt du? Sie haben angegriffen! Ja... Okay. Voila. Ist ja krass. So, wie sieht's bei dir aus? Es läuft sehr, sehr gut. Siehste. Muss halt dich jetzt bald drauf einstellen. Also, Elben jetzt langsam, wenn du viele Türme hast? Ne, Türme, 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 da geht noch mehr. Ja, ich bin gerade am... Also, das Ding ist, Legolas ist halt auch dafür da, ähm, die Ramböcke zu zerstören. Ne? Ja, klar. Ich achte drauf. Die schwere Rüstung ist fertig. Können die schwere Rüstung haben? Ja, dann sind die besser als die Waldläufer. Es tut mir leid. Ja, die kriegen so aufs Neues. Hier kommt nix ran. Wir werden dieses Land schützen. Voila! So, ich kann jetzt Bogenschützen rufen. Alle aufs Maul, Bruder. Boah, die haben jetzt Rüstung. Legolas ist Level 5. Habe da gerade gesagt? Eklige Kreaturen! Deckung! Er schreit hier rum auf der Mauer. Hallo, ich will's gerne abreißen. Achso. Tschüss. Legolas ist einfach ein Tier. Jaja, der ist komplett busted. Es ist so widerlich. Es widert mich an. Ruhig. Da freuen sie sich. So. Also bei mir läuft's richtig gut. Ich muss jetzt halt sagen, ja. Jetzt kommt halt gleich der Naskul. Guck mal, bei dir ist ein Katapult. Der schießt auf deinen Maul. Ja, ich. Zwei Stück. Da muss Legolas vorne hin. Legolas ballert grad das linke ab. Okay, nice. Da kann auch gut die Zwillings fallen, ne? Theoretisch. Ja. Oh, 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 oh. Bitte, bitte, bitte. Die greifen an! Ja, dagegen... Du könntest hier sogar überlegen, ob du halt... Bogenschützen warten auf weitere Bewegungen. Keine Bogenschützen jetzt erstmal baust. Sondern jetzt direkt auf Ritter gehst und Türme und Legolas enough sind, weißt du? Weil dagegen, was da jetzt gerade passiert, da halt kurz aus dem Nebenturm mit den Reitern raus, drüber bügeln, fertig. Mhm. So. Lass mal gucken, dass das scheiß Katapult jetzt da und kriege. Ja, ich helfe mir nicht. So. Und ich glaube, Reparaturmaßnahmen sind immer automatisch. Scheint so, ja. Treffer... 50% Trefferpunkte für Tore. Alter. Abfahrt. So, Feuerpfeile. So. Ich glaube... Ich mach jetzt mal Rohirims. Ah, da kommt der Erste in der School. Der wird aber richtig hart gefickt. Ja, siehste? Alter, mein Katapult macht deren Katapult halt richtig schrott. Du musst doch immer, wenn du... Wenn du hier Rohirims hast und so, ne? Ja. Direkt immer rein. Weil... Ähm... Das gibt dir ja Punkte. Wir haben den Schutzstand verbessert. Sie sind hier. Sie sind hier. Für die Ehre Gondors. Mach den tödlichen Pfeil, Bruder. Oh, Alter. Half-Life. Fahre mir ballert na school Half-Life, Bruder. Oh nein, nein. Das hab ich... Easy. Instant weg. Instant zur Seite. Äh, automatisch reparieren. Kann man tatsächlich kaufen. Echt? Ja. Schautet sich ja wahrscheinlich erst nach einer Zeit frei, nachdem es angegriffen wurde. Ja, ja. Wenn keine Gegner in der Nähe sind oder so. I don't know. So, jetzt kann ich Elben schon. Zack, siehste? Und immer rein. Immer rein. Ich muss erst mal die Elben freischalten. Hier, dich kaufen kann die Elben. Alter. Okay, ich seh gegnerische Lager. Die Balls Türme. Und rein. Schön. So. Oh. Alter. Alter. So. Tödlicher Fall. Los. Lösch ihn. Lösch ihn. Last it. Last it. Schön das Ding. Ja man, der macht immer mein Katapult weg, dieses Asshole. Könnte sich überlegen, welche Katapulte zu lassen. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal überlegen. Die Frage ist, wenn man jetzt die Upgrades gemacht hat, bleiben die erhalten, wenn man... Wenn man's abreißt. Wenn man's abreißt. Ja. Ich glaub ja. Ich glaub du solltest jetzt anfangen Schießstand abzureißen, Stallung zu bauen und ähm... Kritische Masse an Reitern zu erlangen. Okay. Sounds good. So, ich versteck jetzt meine Mauern. Zusätzliche Trefferpunkte für Mauern und Türme. Ja leider steht da nicht wie viele, das ist doch das interessanteste. Sie haben angegriffen! Sie haben angegriffen, Alter. Deutsch! Okay. Es läuft schon deutlich besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Komm wieder in der nächste Nazgul. Wird wieder gegriffen. Dieser Turm hat wie viele Lebenspunkte? Ich kann ihn gar nicht anklicken. Oh! Warte mal. Was ist denn da los? Weg mit ihm. Kommt der soweit? Nee. Seid leid wachsam, Elben! Oh, jetzt wollen die aber in Stress. Wir werden angegriffen! Saut ab nicht! Oh, er konnte noch ne Murmel abfeuern. Haltet die Augen offen! Was? Weckgesnipht! Schön! Ja Katapulte bräuch ich tatsächlich gegen Katapulte. sehr schön so haben wir das, sehr gut ja, ja, sie haben angegriffen reparieren Tor reparieren schönes Ding oh, oh man ey, die haben auch ne Range ja, du musst das reparieren tatsächlich automatisch anklicken ist ja dumm, ja, ja, automatisch reparieren ja, ja, musst du immer alles reparieren so so, genau jetzt würde ich als nächstes Kampfturm und Bogenschützen upgraden ey, da kommt schon wieder schon wieder ein Katapult scheiße, ey unglücklich ah, jetzt kann ich Rohirims okay, die muss ich mir echt immer aufheben um die Katapulte zu clear holy shit elende Kreaturen dieser Hass nice dieser Hass okay, ich teste das jetzt mal mit den Upgrades so fahr er mir noch nen geilen Pfeil auf den schönes Ding Alter, der one-shottet inzwischen so so, du levelst die jetzt wie viele Stufen steigen die jetzt auf sind Stufe 3 eine Stufe Ere Mucke, ne, Mucke ist nice ja, die Upgrades bleiben wenn du das Gebäude abweist okay, 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 das ist ne sehr gute Info, danke, Sterzig sehr gerne Alter, fahr er mir Stufe 7 ne, 8 welche Stufe ist Legolas? Legolas ist Stufe 7 geil kritische Masse Rohirims, ne think about it bin jetzt absolut dabei absolut oh ja das ist ja frech das ist ja frech schieß, schieß, schieß das ist dann wieder ein Katapult, ne 2 ja, I know das obere krieg ich gerade nicht weg aber ist in Ordnung naja, aber meine gondorianischen Bogenschützen die knallen rein boah, die knallen ei 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 kann der ja mal fertig werden ei 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 wow, das repariert ja ultra schnell oh, danke dir sehr gern aber jetzt der Katapult sag oh, guck mal die wurden abgeräumt direkt aber immer so ein bisschen die Reiter leveln und dann wieder rein nie für risikoreiche Aktionen gehen jajaja so, jetzt muss ich schnell reparieren das ist der Hotkey natürlich oh, Alter, wie der kreischt oh, direkt zwei weiß ich nicht, wie geil ich das finden soll schieß den Abfahrer mir zack tot alter, lösche ich die das Problem ist an den Nazgul die one-shotten mich äh, die Katapulte echt? ja, ja jetzt wird hier erstmal alles durchrepariert so, aber ich hab jetzt sechs Skill-Punkte reicht für Adler geil ich glaub ich kannst du auch schon Adler? äh wo krieg ich die her? aus meiner Festung? äh, nee, Skill-Tree achso wir müssen dich aufhalten fahrer mir echt gute Waffe gegen Nazgul jetzt muss ich sagen Quality also Preis-Leistung Preis-Leistung unübertrefflich ja so, jetzt upgrade ich gleich Kampfturm und Bogenschützen erhöht den Fernwaffenschaden deiner Defensivgebäude das heißt ja auch Katapulte um 125 das ist krass Katapult ist geladen los schieß noch nicht bitte warte ja, sehr gut die greifen das Schlager an volle Konzentration das Mauerteil kann ich irgendwie nicht reparieren ich weiß nicht genau warum so wir haben jetzt hier ein bisschen Luft, ne merkst du selber kann ich nicht reparieren? ich brauche Ressourcen jetzt durch so dann level ich jetzt nochmal all meine Truppen okay, hat irgendwie nicht alle getroffen so, jetzt kommt hier unten auch noch ein Gehöfteln ich könnte auch überlegen denen allen eine Kai-Formation zu geben wir haben die Türme bemannt ja, weil ich glaube dann one-shotten die, die nach Schools richtig weg Türme bemannt das heißt dieses Gebäude kann ich jetzt abreißen, I guess ich sehe halt nirgendwo die Hitpoints aber ich gehe mal davon aus, dass es bleibt ne, ich sehe es ja ob ein Katapult, ein anderes Katapult one-shottet müsste es ja Alter, ich habe gerade bei mir zweimal Gollum irgendwo sterben hören dreimal ja, ich habe ja viermal Alter, vier Gollums die sterben what the fuck kann ich das hier nicht angehen und vier Gollums gut ähm ich reiß das Gebäude jetzt ab hier ach ne, ja gut ich habe keine Ahnung, ob die jetzt stärker bleiben aber du sagst ja, dann ist es so so, Stallung so ich habe jetzt richtig krasse Horohirems Horohirems nice okay, dann lass mal Lila und rechts bei mir angreifen, oder? was meinst du? äh können wir sehr gerne machen die Gegner, sehr ruhig sehr, sehr ruhig ja, die, die sparen ich komme mit meinen Einheiten zu dir ja okay, der Scout so, one shot it jetzt one shot it, der ist ding oder macht der mehr Schaden ne okay, aber es könnte auch sein, dass ein Katapult nicht als Fernkampfwaffe zählt irgendwie da vielleicht auf der Mauer nicht naja Defensivgebäude aber die Forschung bezieht sich namentlich auf die Türme deswegen so I don't know ich weiß nicht schwer zu sagen okay dann kommen wir nach rechts unten erstmal den Hexenkönig komplett weggemacht Heere sehr gut, es läuft komm mal deine Truppen kriegen richtig aufs Maul, ne? kriegst du mit wo sind meine Truppen? ja, die, die können bei mir nicht rein und deswegen kriegen die vom Katapult aufs Maul ah, lol du musst die nach rechts unten bitte ziehen rechts unten oh, lol alter okay, die Keilformation hat's richtig gebracht holy Maschallah ja, wo sind jetzt meine ganzen die sind alle verteilt um meine Burg herum, stert sich ah, da überall ah, da ja, ja also also, Alter okay dann lass jetzt nach unten rechts von meiner Burg aus gesehen reiten ja okay wir treffen uns da mit diesem reudigen Gehöft mhm wir haben die Stahlung für den Ruhm Gondors dritter Schild Upgrade so, und dann rennen wir hier jetzt gemeinsam rechts rein und versuchen den mal zu bumsen kannst du Enz beschwören? was kann ich? kannst du Enz beschwören? äh, ne, ich brauche noch drei Punkte okay aber ich kann zum Beispiel Elben beschwören okay und heilen okay, wir rennen mal rein und versuchen seine Ressourcengebäude wegzumachen okay jo oh fuck Nazgul okay zweimal Elben beschwören und alles auf den Nazgul auf den Nazgul direkt jo, jo, jo okay, Adler rufe ich hey wait die machen die Türme weg schön auf die Ressourcengebäude genau ich mach die Türme weg Nazgul ist weg sehr gut ich übernehme den Katapult so, ich mach die Türme weg okay, meine, meine Dings sind weg ich mach hinten, das ist das Ressourcengebäude zack geil, geil, geil du übernimmst die Units meine Art leider den Rest warte, ich kann auch deine Units mal alle heilen nice, danke ja, gerade meinst du, wir schaffen den? sieht bis jetzt ganz gut aus, muss ich sagen das Problem ist, die Sperrboys sind ziemlich gut gegen dich du solltest schon, glaube ich, die Units auch angreifen weil ich übernehme das hier mal mit dem Adler so okay, ich geh auf den Turm kannst bei den Elben auf Schwerter umstellen ja, ja, ja und dann schön, dass die Mulde da angreifen okay, also hättest du Elben schon gehabt ne, ich glaub wir sollten abbrechen meine Adler sind jetzt gleich weg und du savest lieber deine Truppen die haben jetzt gut gelevelt ja ja, ich geh mal zu dir ich glaube tatsächlich was hat Fah mir grad gemacht holy shit ich glaube tatsächlich ähm mit deinen Ends als Spell ja hätte es ganz gut geklappt dann hätten wir ihn gebums, glaube ich jo, ich hab die jetzt auch also für den nächsten Season war auf jeden Fall dann Run okay so ich werde jetzt erstmal wieder reparieren jetzt haben wir den Defense ein bisschen vernachlässigt ja, aber wir haben die echt ganz gut weggemacht eigentlich ja erstmal hochgeheilt so, genau ich upgrade jetzt meine auch ein bisschen so Alter, ich hab hier Bogenschützen Stufe 7 Valhambula so hm okay äh ich hab jetzt noch Aragorn und Gimli, die helfen Ehre und Theoden so ich hab jetzt eine Stufe 5 Einheit schon ja, meine sind hier auf der Mauer auch ja, die sind so gut ah, lol ja die sind krass so, da ist Gimli nice wir können dann gleich auch zweite Salve starten problematisch wird, wenn der Ballrock kommt das Gute ist, die killen nicht so viel von uns ja deswegen haben die auch nicht so ultra viele ich glaube Einbogenschützen Trupp kann ich wegnehmen die hier die lehnte ich jetzt einfach mal rein jetzt kommen die da schon wieder das ist ja wirklich ja also von mir aus können wir tatsächlich schon ja, von mir aus auch ich meine Elben und Adler brauchen noch ein bisschen aber eh die da, eh wir da sind der hat ja auch jetzt nicht wieder viel aufgebaut ja dann würde ich wieder rausgehen ja gerne ich muss hier nochmal eben ein Katapult wegmachen alter, überall sterben Gollums äh Gollums, genau okay dann nach rechts unten wieder ja zack alter und durch durch, durch, durch so jetzt werden Rohirims beschworen und alles rein ähm genau die Bogenschützen am besten genau schön auf die Gebäude so leider noch keine Adler okay die Ends einfach auf Fernkampf und machen lassen die sollten echt einfach da kommt eine Belagerungstour alter was Belagerungsturm ja okay wo ist der der Nazgul der ist weg ne irgendwie scheint so ja okay dann rennen jetzt meine Elben im Nahkampf rein so Belagerungsturm down wo sind irgendwie deine Truppen das Thema Heile da also die Türme sind wichtig wegzumachen auch ja ein End ist down meine Ends gehen jetzt hier aufs Hauptgebäude okay auch schön die Türme immer wegmachen okay meine Adler waren noch nicht ready das ist unlucky okay Hauptgebäude ist gleich down Turm, Turm da wegmachen nice 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 jetzt mit dem End hier unten das Dingsgebäude das Produktionsgebäude das wäre noch nice ja ich versuche da zwei Einheiten von mir zu save und dass die nicht sterben jetzt habe ich die Adler da und gebe ihnen den Rest das ist easy nice ja der End hat das Gebäude kaputt gemacht ich mache hier oben noch das eine Ding weg ich glaube tatsächlich wenn das Gebäude weg ist hat er glaube ich verloren er hat noch einen Außenposten hier schwebt noch so ein Nazgul ne ja ja aber er hat halt keine Gebäude mehr ja er baut gerade das Hauptgebäude neu ja gehe ich mal drauf zack er hat noch einen Turm ich glaube wenn das Gebäude weg ist ich kann halt gerade nicht nachproduzieren ja ja alles gut so ich muss auch nachproduzieren und 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 ja jetzt noch der Turm ja der Turm noch zack häh okay wie ist das denn passiert reit mit dem schnell nach haus ja er ist tot schwere Armee besiegt wow Alter es sind gerade richtig viele von meinen Leuten gestorben ja ja ich habe es gesehen Gott sei dank ist eine Unit noch da Gehen wir dein Gehöft hinten hält sich sehe ich ne ja kannst du eigentlich auch einen nehmen glaube ich ja kannst du auch einen nehmen so das war sehr äh sehr geil jo Nummer 1 check let's go komm so geil das lieb sehr gut Faramir Stufe 9 läuft bei ihm ihr habt heute tapfer gekämpft können die noch level 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 8 ich glaube auch richtig immer weniger das sind einfach Stufe 8 meine Bogenschützen Alter bei mir sterben hier hat seit Gollums he he du musst mal deine Alter du musst mal deine Mauern reparieren Bruder oh ja sorry sorry ich habe ihn nicht gesehen mein Legolas hat geregelt aber ja so gut das ist das ey okay der Turm ist glaube ich echt heftiger wieder in Gollum gestorben man kennt ihn ja dann würde ich jetzt mal da rüber und versuchen die Burg zu bauen das gehört ist fertig dritter da muss ich mal gucken dies Land gehört uns auf dies Land gehört uns so das heilt sich jetzt langsam hier kann Faramir aufsatteln ja aber ich glaube es ist zu wichtig dass der da bleibt um die Nazgul zu snipen bin ich early oh oh drauf 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 so das heilt sich sehr gut schön leveln ja die haben wir die haben wir direkt eine neue Bude gebaut nach äh alter wie er verreckt bw bw okay ist natürlich doof wenn ihr hier das übernehmt da müssen wir eigentlich direkt auf die Finger schlagen Kannst du herkommen? Moment. Das müssen wir hier unterbinden, tatsächlich. Sekunde. Das ist der Hexenkönig. Ich glaube, der wird gemacht. Er ist down. Ja, kümmer mich mal um deine Defensive. Ich habe das hier, glaube ich. Perfekt. Ja, 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 easy. Der hat irgendwie auch keine Ressourcen, um da jetzt Türme zu bauen. Okay. Oh, lol. Ich habe ja hier Ressourcen. Okay, ich baue jetzt Gandalf Abfahrt. Ah, nein, nein, nein. Ich baue ihn nicht. Weil, dann kann ich hier jetzt direkt die Festung und alles bauen, wenn die down ist. Ich muss den jetzt schon wieder in Kolumb verreckt. Entschuldigung, ihr macht mehr Damage. Sehr gut. So. Also, mein Aragorn kann ja jetzt auch die Totenarmee. Was? Der kann die rufen? Ja. Also, ist der schon das Level? Hat der schon? Noch nicht. Noch nicht. Okay, ich dachte schon. Aber er kann es ja später dann. So. 42. Wenn ich das jetzt hier abreiße. Und dann habe ich ja zusätzlich noch die... Zusätzlich noch mal die Totenarmee als... Ja, doppelt. Kannst du doppeln. Nein, es... Leider ist es beim Markt nicht so. Mit den Upgrades. Ah, lol. Krass. Uff. Es ist nur... Also nur bei den Einheiten-Upgrades. Ja, ja. Okay. Aber es ist ein Learning, wie man so schon sagt. Es ist ein Learning. Es ist ein Learning. Okay. Ich mache ein paar Schmieden, damit ich jetzt mal hier günstigere Ressourcen habe. Okay. Das bedeutet aber auch beim Steinbruch... Äh... Schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich jetzt den Markt schnell wieder... Ja, aber wenn er steht, müsste ich ja die Upgrades wieder haben. Glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ja, aber die war irgendwie nicht jetzt tatsächlich gestanden. Aber du hast ja die Festung gegobbelt, das ist smart. Ja, ja, ja. Direkt. Direkt. Ne? So, den nächsten Gegner machen wir links von dir weg. Theoretisch wäre ich auch gleich für eine Offensive zu haben. Weil jetzt... Ich auch. Ab jetzt beginnt ein bisschen Multitasking, ne? Ich will ja schon mal meine Einheiten zu meiner Festung. Ja, ja, genau. Transferier die gerne. Ja, ich muss den Markt wieder... Okay, jetzt sind die Upgrades aber wieder da. Ja, okay. Jetzt läuft's auch wieder. Ehre. Okay. Ähm... Kann ich jetzt mehr Reiter machen, weil ich eine zweite Burg hab? Ich krieg nicht mehr Kommandeurspunkte mit einer neuen Burg. Ich hab nur 80. Das ist halt mich auch nur richtig bad an, ähm, Gondor, ne? Schnelldruck. Jawohl. Sekunde. Ja, ich glaube, dann... Würde ich jetzt auch rüberkommen? Ja, also von mir aus können wir. Abwart. Dann int ich jetzt hier mit Bogenschützen rein. Aber wie kommen die eh nicht mehr mit nach Skulls? Ich weiß nicht, wieso. Ein... Na, aber Geld sollten sie ja noch haben. Sorry, Jungs. Ja, ich bin ready. Ich beschwör da alles rein. Kommt, Ritter, kommt. Kommt, Ritter, kommt. Kommt weiter. Greifst du um an? Okay, Ehre. Dann direkt Nahschool mit den Elben wegmachen. Ich heil die Bäume wieder. Schönes Ding. Erste Salve. Okay, einfach überrennen, Bruder. Macht die Elben schön dann auf Nahkampf, sobald er down ist. So, ich mach jetzt, äh, nochmal Rohirims. Besser noch die, Bruder. So, Ruff da. Und rein. So, jetzt kommen die Adler, Bruder. Die gehen hier mal auf die Türme. Zack. Sehr schön. Zack. Dann geht ihr auf den direkt. So, ich mach jetzt mal auf die Türme, Bruder, 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 Bruder. Was? Drei Katapulte? Ist der Jek? So, ich hab jetzt auch Armee der Toten. Also, den da machen wir auf jeden Fall weg. Ja, ja, okay. So, auf den Nahschool, fertig, los. Schönes Ding. Nice, jetzt save dir das. Ehre. Oh, ja, deine Burch. Meine Adler gehen auf den Nahschool. Ehre. Nice, okay. So, was ist hier los? Ist aber nicht schön. So, Zauberer ist eingetroffen, Wallah. Aufsitzen kann er noch nicht. Nice, Bruder. Attacke. So, hier ist ein Vorpost, den würde ich jetzt als nächstes wegmachen. Ah, der ist da beschworen worden. Oh, I shit run, das ist nicht gut. I shit run. Oh, oh, I shit run. Macht euch kampfbereit. Ritter der Weißen Stadt. So, wo ist der zweite Trupp? Hier. Formiert euch, Ritter. Unsere Truppen werden angegriffen. Männer Gondors. Ey, das ist aber nicht cool. Geil. Weggemacht. Das Schwein. Nice, siehst du? Slow and steady, äh, kräpste Wurm aller. Ich meine, der Wurm, sagst du's. Kommt, Ritter, kommt. Und ich kämpfe für die Menschen Gondors. So, was kann er. Blitze, magischer Sturm, was ist das? Wirf Gegner zurück und Licht. Okay, dann. Oh, Hirre. Oh, Alter, nice Drehung, Gandhi. Du bist ja, nee, ich bin ja, nee, ich bin ja Fresh Hex eigentlich, ne? Ja, sehr gut. So, Bromir. Marschordnung. Okay. Ich mach jetzt hier diesen Vorposten weg. Ja, wobei. Alter, hier kommen Catapults. Ritter, auf. So, du musst jetzt, Reiter, 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 ne? Nahkampf, Reiter, des Todes. Richtig hochgelevelt, auf Airbruder-Basis. Genau. Genau. Walkout! Walkout. Mach das Schaden gegen Gebäude? Mach das Vieh Schaden gegen Gebäude? Mach die Blitze. Endlich. Alter, die ballern Aragorn ab. Hauptsache, der Coulon ist weg. Scheiße. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay. Die müssen jetzt auch reininden. Gut. Von mir ist komm ein... Na cool, dann sind wir bald ready, Alar. Wir können gleich direkt wieder los. Was? Wo sind sie? Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Der Boromir hat den Durchblick. Boah. Close. So, ich geh da jetzt rein. Gandalf tanken ein bisschen. Und win. In die Mitte, oder wie? Ne, ne, ich mach hier so'n Vorposten weg. Oh, fuck. Lagnarskuhl. Den Strahl drauf. Schönes Ding. Schönes Ding. Das Problem ist... Hört mir zu. Ich hab leider keine Waffe gegen den. Ja, nicht hier sein. Zieht eure Waffen. Scheiße, Bruder. Fuck. Oh, Gott. Wir müssen bereit sein. Wir dürfen nicht zögern. Da sind die Bogenschützen Gondors. Wallah. Ich bin eh in den Kreaturen. Okay, easy. Okay, jetzt haben wir's. Muss geknackt. So, dann geh ich jetzt wieder. Nice, sehr gut. Schön in die Flanke. Ehre. So, ich hab 15.000 Ressourcen. Ich sag, wie es ist. Das ist... Wo greifst du an? Reifst du irgendwo an? Nö. Ich hab gerade Ends gehört. Äh, ja. Ich hab hier oben so ein End hängen. Da kommen vier raus. Ach, du hast den gebaut, ne? Stimmt, kannst du. Stimmt. Ja, ja, ja. Aber relativ. Ich guck mal, was ich hier oben so anstellen kann. Geil. Bromir Next Level. Lol, der ist RIP. Das war der von links. Oh, lol, okay. Ah, der hat noch gelebt. Ja, ja, der hatte hier seinen Kack-Vorposten. Ist auch noch ein Vorposten. Oh, lol. Uuuh. Bisschen am Leiden. Was machen wir denn hier? Oh. Das, ja. Ich seh's. Zieht eure Waffen. Formiert euch, Ritter. So. Ja, ich glaub, wir müssen doch wieder gesammelt anreiten. Ja, ja. Ach, hast du was alleine versucht? Ja, ich schick hier grad die Ends rein. Das Problem ist halt, dass die Nasskulls die ziemlich nackig machen, ne? Hm. Oh, leu, wie viel Nasskulls! Das sind grad wirklich ein paar. Oh mein Gott. Ich hab gerade alle meine Bogenschützen gelöscht. Oh. Scheiße, Alter. Das ist ein typischer Fall von... Hoppala. Ja, vielleicht. Legolas. Wäre nice. Legolas wäre nice. Ähm. Hm. Der Feind wird stärker. Schlagen alle auf! Der Feind wird stärker. Wir müssen sie auffalten. Ich mach das jetzt weg. Oh, lol. Die haben hier Belachungstor, man, meine Festung gebaut. Oh, Gott. Voila. Unnormal. In unseren Mauern ist eine Bresche leider. Pippin, wir brauchen nicht. Jeder ist dead. Habe ich hier nicht einen Steinbruch? Ist doch ärgerlich. Hm. Ärgerlich. Was sollen die tun? Unser Land wird belagert. Oh. Oh Gott, will ich es? Zeit für einen Imbiss. Pssst. Wir müssen zusammen angegriffen. Schnell. Zurück in die Dunkelheit. Ich bin euer Hauptmann. Scheiß. Ja, ja, ja. Wo ist denn Nazgul? Und er muss standhalten. Wir haben sammelt euch. So, boh, mir. Er wird jetzt hier ein bisschen. Was ist los? Was ist los? Bei Nazgul bei mir oben. Drei. Ich beschwör Adler. Warum sind da noch keine 80 Türme? Sind's doch. Das frag ich mich. Okay, ich übernehme die Katapulte. So. Diesen Down. Okay. Die Upgrades muss ich neu erforschen. Vom Steinbruch. Das ist ja doof, wie... Das ist ja doof, wie... Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ritter. Männer Gondors. Okay. Auf. Gondor muss... Sie sind hier halt. Aber da fahr er mir, ey. Bruder. Ich satte mal lieber auf. So. Leise. Okay, machst du oben... Ach, hier sind meine Adler. Wallah. Wollen wir hier oben... Ja, du musst mal sagen, wann deine Armee ready ist. Ja. Ja. Oh, ja. Wir haben mich für unsere Pferden unseren Mut beweisen. Gondorff down. Gondorff. 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 Shit. Nicht gut, ne? Wir, die Litter Gondors schützen dieses Land. So. Wir aber so ziemlich... Kämpft mit aller Kraft, Bruder. Tor zu. Der scheiß Tor. Tor wurden verstärkt. So. Okay, das war ja ein saftiges Missplay. So, wenn hier Nassrül kommen. Bisschen Türme. So. Ich halte Arsch vier Ressourcen, ne? Ich muss sie nur nutzen. Oh, ja. Oh, ja. So, von mir aus könnte es gleich losgehen, glaube ich. Von mir aus auch. Rein theoretisch, mathematisch. Alter, Burmi kloppt mehrere weg. Mit einem Hieb. Ich schlitz aber gut rein. Jetzt haut doch zu. Was ist los mit dir? Dass sie sich auch immer nur abknallen lassen. Okay, geht los. Ja, wo rein? Äh, oben in einem... Oben links? Okay, oben. Da, okay. I will be sehr, Allah. Das Problem ist, da sind keine Nassrüls auf meinem Weg. Aber ich umkurve die. Das ist hier schon wieder. Ich habe jetzt noch Baumbart. Geil. Okay, oben links. Alles klar, ich bin ready. Ich bin da. Wir können go machen. Okay. Ich bin da noch ein bisschen hartnäckig. Ich muss auch dein Tor wieder reparieren. Hier beim... Ja. Okay, ich renne da jetzt rein. Baumbart auch. Baumbart auch. So, ich schicke erst mal die Lobobs vor. Kanonenfutter. Okay, da ist Nassrül. Direkt ruf. Fahrer mir sattelt jetzt ab und killt den. So. So. Ressourcengebäude müssen weichen. Hat er ihn weggesniped? Schieß. Snipe ihn weg. One-Shot. Und. Anlegen. Und. Yeet. Hä? Ich habe keinen Schaden gemacht. Was? Steck damit. Okay, ist down. Jo, drübergerollt. Aber wie? Schau mal nochmal Licht an. Schau mal nochmal Licht an. Oh mein Gott. Warum schießt der nicht? Ist der dumm? Ärgerlich. Ich werde tun, was ich kann. Die Schlacht macht. Sehr gut. Die Burg saves du dir. Wie viele Ressourcen hast du? Vermichtet. Wie viele Truppen hast du? Äh. Truppenstärke 100. Sorry, wie viele Ressourcen? 20.000. Geil, dann hol du dir die Burg. Macht euch kampfbereit. Weg mit ihm. Geil. Aber er hat anscheinend irgendwo noch einen Außenposten. Aber bau direkt eine... Wir werden zeigen, was wir wert sind. Eine Festung. Eine Festung. Wo ist denn jetzt los? Gandalf, wieder da? Ihre. Nett. Ich werde tun, was ich kann. Sie greifen an. Wir reiten. Okay. Ich schwirrter, Gart, Nasrwil. Jetzt hier. Oh Gott. Wir müssen auch die Vorposten mal klären. Bin ich ehrlich. Wir reiten hinaus. Wir müssen bereit sein. Gandalf, ein bisschen leveln. Was ist hier wieder los? Oh, alles klar. Ey, nee. Da ist ein Katapult. Wie ärgerlich. Level? Mach das doch. Level nicht. Zack. Okay. Einmal die Festung Nasrwil sicher gemacht. Ja, man kennt's, ne? Anscheinend kann ich das nicht. Also ich hab 34.000 Ressourcen. Schmeckt. Man kennt ihn. So, ich hätte jetzt die Toten an mir. Ja, ich auch. Also die müssen wir jetzt auch einsetzen. Lass mal hier die beiden Vorposten damit klären. In der Mitte? Also ich mach nur einen. Äh, heb dir mal deine auf, ja? Okay. Das ist halt so unfair. Ja. So, der snipet jetzt den ab. Und du machst hier auch die Lampe an. So, Fall. Schön abgeschossen. Ich will endlich kämpfen. Wir haben angegriffen. Oh, Maskul ist dead. So, sehr gut. Oh, Armee ist schon drin. Naja. Wir müssen rasch handeln. So, kann hier jetzt ein Pony. Lass dir jetzt mal Aragorn ein bisschen kämpfen. Kann ich nämlich doppelte Toten annehmen? Das ist crazy. Wir kämpfen für den ruhen Gondor auf diesen Krieg vor. Ist aber auch hier ein bisschen unfair, was die machen. Männer Gondor. Speere nach außen. Ja, nach innen, weißt du? Was ist das für eine Ansage? Beere nach außen. Smart. So. Was macht Gabba Gondor? Boromir metzelt da auch ein bisschen lang. Oh, shit. Na, ist gut. Schwierig. Schwieriges Thema. Okay, wollen wir oben rechts Dampf machen? Ja, sehr gern. Ich heile einmal meine Truppen durch. Also jetzt nicht oben rechts, nördlich halt einfach. Straight up. Ich mache hier nachher schon mal ein bisschen. Du gehst jetzt raus und gehst diesen Schmiede. Wir haben die Schmiede. Wir haben die Schmiede. Wir haben. Verbessert. So, kann losgehen. Was ist ein Pfarrer mehr, wenn man ihn braucht? Okay, der chillt ein bisschen. Ich habe genug, was du willst. Machen wir go? Ja. Ich mache, ich nehme hier gerade schon sein eines Ding ein und lasse da ein paar entspornen. Dann blase ich mal ins Rohr. Gönn. Dann blase ich mal ins Rohr. Oh, scheiße. Was machst du denn, Bruder? Gander, du solltest die Lampe anmachen. Jetzt reicht es aber. Kill ihn. Und gib gut EP. Zack. Zack. Ja, ging. So. Zerstört. Zack. Wir haben Pippin verloren. Ey, so eine Scheiße, Bruder. Zack. Hat Burmi überlebt. Alter, du bist rasierender Typ. Du bist rasierender Typ. Wallah. Sucht nach Spuren, Bruder. So. Ist halt wirklich wie so ein Rasierapparat hier. Das ist crazy, ne? Eine Chance. Habe ich jetzt alle... Alter, die ballern mich hier zu. Weiß ich, ob das nötig ist. Immer am Riesentat erinnern. Wir werden angegriffen. Hast du die Festung? Ähm. Nimm, nimm du die mal. Weil ich hab da jetzt gerade keine Truppen. Ich hab da nur meine... Komischen Typen. So, ich probier mal was alleine. Okay. Jetzt reitet doch da rein, Mashallah! Danke. Mashallah. Oblasti weg. Zack. Und fliegen lernen. Geh doch. Und ein bisschen Rasierapparat. Komm. Bisschen Blitze. Schön, 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 schön. Die schreien jetzt, aber das muss so. Das muss so. Hopps genommen. Echt, die greifen nichts an. Nervig. So. Jetzt fehlen noch zwei, ne? Äh, ja. Zwei noch. Easy. Komplett easy das Game tatsächlich. Theoretisch, mathematisch gesehen. Mathematisch, theoretisch. Komplett easy. Hier oben ist noch so ein Außenposten von Gelb. Was ist denn hier jetzt los? Das muss doch auch nicht sein. Pippi? Auch ein bisschen nervig. Oh, das können wir ja in... Diese Belagungstürme, Alter. Komplett insane, oder? Ich weiß nicht, was sie... Von den... Von Mordor, Alter. Mit den Trollen da... Schon ein bisschen Ehre. Ehre? Ritter der Weißen Stadt. Ritter der Weißen Stadt. Ritter der... Ritter, Ritter, Ritter. Ritter, Ritter, Ritter. Unser Verbündeter hat sein Land verloren? Was? Kannst du das bitte mal erklären, was da passiert ist? Wir haben unser Lager... Also irgendwie hat er ein Lager von mir eingenommen. Achso. Ich hatte so ein Anting hier. Er hat er kaputt gemacht. Achso. Oh mein Gott, bräuchte doch hier nicht eine Durchsage. Pippi und Ripp. Schade. Ich werde mein Volk verteidigen. Komm, hier geht er mal rüber jetzt. Stirb, Dämon. Ja, bisher auch noch kein Bayrock, ne? Muss man auch sehen. Ich hab noch gar nicht gesehen. Ich glaub, das wird auch nicht mehr passieren. Ne. Okay. Ich hab hier noch einen Vorposten weggemacht. Ich mach grad oben den weg. Ehre. Hops genommen, hops genommen, hops genommen. Alter. Sechs schwere KI. Ja, die ist nicht leicht. Schwerer Armee wurde besiegt. So. So, jetzt leveln wir die hier nochmal alle ein bisschen. So. Boromir kann das nicht, ne? Herrmeister Gondos. Doch. Der gibt auch nochmal EP. Haltet zusammen, Männer Gondos. Alter. Farami und Boromir haben beide eine Fähigkeit, dass sie Truppen leveln können. Jetzt sind einfach all meine Truppen hier zwei Stufen aufgestiegen. For free. Einfach lau. Weißt du, wie ich mein? Das schmeckt. Das schmeckt. Wann kann Gandalf auf seinen Scheiß? Ah, ich brauch Gandalf der Weiße. Hab ich das noch nicht. I should run. Jetzt. I should run. So, jetzt. Oh mein Gott. Jetzt pfeift der. Genau. Wir werden zeigen, was wir wert sind. Die Pfeife. He, he. Kann er auch von seinem... Oh mein Gott. Wir sind aber... Wir werden dieses Land so reformieren. Wir müssen uns handeln. Heute werden wir unseren Weg verweisen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist jetzt schwierig. Wir werden dieses Land schützen. Das ist jetzt schwierig. Stürfst du mal? Das ist denn leider... Nehmen wir jetzt all meine Ritterhubs? Geh nach oben zu mir. Ich hab hier Legolas. Ich reihe mal mit all meinen Reitern weg. So, einer ist gone. Oh, die sind hier oben in meinem... Dings... Fliegs-Schattenfell, Bruder. Okay, noch einen. Alter, der will aber... Weiß ich jetzt nicht. Reite mal zurück. Wegreiten. Ja, nice. Ja, ja, verbeiß dich. Oh, was ist jetzt los? Ja, die haben hier oben eine Festung eingenommen von mir. Da sind irgendwie zwei Höhner-Schools oder eine. Eingenommen? Oh. Beruhig dich mal, Bromir. Oh, okay, sorry. Dich hab ich da ein bisschen stehen lassen, ne? So. Und Bromir. So, sehr gut. Du snipest den da weg. Ey, das bugt. Fahrer mir bugt. Kuchen. Der macht kein Damage mehr mit seinem Snipe-Schuss da. Weiß ich nicht, wieso. Fahrer mir bugt. Okay. Ich werde tun, was ich kann. So. Ja, ein paar sind draufgegangen. Passiert. Okay. Dann klär du mal da oben deine Situation. Ja, ja. Und dann machen wir Go. Aber du brauchst da Türme. Türme hast du keine Ressourcen? Sie haben angegriffen. Ich hab ganz viel. Dann bau doch da bei deiner Festanwärter. Ja, das Ding ist so, dass wir den Hasko loswerden. Äh. Was haben wir denn? Alter, was der ein Damage macht. Das ist crazy. Ich werde tun, was ich kann. Das Ding ist, Nikolas macht den halt so weg. Ja. Ist gemein. Deshalb wäre ich gemein. Also das ist auch gemein. Krass, ey. So, Boromir kann man wiederkommen. Nicht drücken. Wir kämpfen für den Ruhm Gondor. Wir werden angegriffen. Alter, ich hab 63.000 Rohstoffe. Macht euch Kampfbereit. Macht euch Kampfbereit. Irgendwas schmeckt. Ziemlich gut. Wir sind vor. Reiter, auf. Macht euch Kampfbereit. Schwerter. So, weggepustet. Wir dürfen nicht wanken. Ich hätte gern Gandalf Stufe 10, muss ich sagen, aber... Ja, ich glaube... Der kann ja hier vorne ein bisschen leveln. Komm. Schön drüber reiten. Ja, Mann. Formiert euch, Ritter. Formiert euch, Ritter. Wir kämpfen für den Ruhm Gondor. Macht das hier Schaden? Gegen Unix? Gegen Normale? Mäßig. Aber ich krieg deutlich mehr Kommandeurspunkte mit den Vorposten tatsächlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hab jetzt auch 150 irgendwie. Heute werden wir unseren Wehr verweisen. So, Gandalf. Mach ihr echt schief. Ich hab ihn gefallen. Das ist natürlich ärgerlich. Gut. Verlieren will ich jetzt auch nicht, das Gebot. Oh, und Gandalf soll jetzt auch nicht unbedingt sterben. Dann geht mal rein, da, Jungs. Flieg! Schattenfeld, Brüder. Okay. Wo greifen wir als nächstes an? Orange oben. Oben rechts? Ja, ja, ja. Komm. Ich hau da jetzt alles raus, was ich hab. Das reicht mir. Doppelte Armee des Todes. Ich glaube, zweimal Armee der Toten würde schon reichen. Ja, ich denke. So. Mach mal Licht an. Mach mal nochmal Adler. Ja, ist gemein. Aber hilft jetzt nichts. So. Da ist ein Selbstläufer da oben. Genau. Warte, wie viel Licht. Hast du auch nochmal angemacht? Ja, klar. Die Lampe? Ist ja noch heller geworden. Schick mal die Armee da komplett rein. Der Toten hier. Der Totendichter. Alter. Das ist sehr lecker. Komplett weggefräst alles. Schön. Ja, schön. Ich würde mich an deren Stellen wenig schämen. Schämen, ja. Bam. So, dann leveln wir hier nochmal alle Truppen. Wir werden zeigen, was wir wert sind. Bitte da dran stellen. Danke. Ey, kracht. Hat's gekracht, ne? Irgendwas zusammen. Geknackt. Geknackt. Mein Gott, was ist hier wieder los? Servus. Servus. Das Gebäude knackt noch. Das Gebäude knackt noch. Zack, 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 zack. Spere nach außen. Knack. So. Weg mit ihm. Wir reiten hinaus. Boah. Der würde hier aber auch Pops genommen. Ja, der hat auch noch. Der hat auch noch. Alle Units von denen weggefräst. Das ist wirklich schön. Einer hat überlebt. Ja, okay. Ein, zwei. Ja, mach mal hier unten. Stress, oder wie? Ja, ich mach da jetzt. Reste. Bumsen. Bitte heilt euch jetzt. Ey, die sind aber auch gierig. Oh Gott. Absatteln. Lampe an. Boah, Alter. Okay, Gandalf one-shoted inzwischen. Muss nicht sein. Warte, wo ist gerne? Der weiß es. Wieder in der Menge irgendwann, ne? Ja, ich reite mal raus hier. Ah, da. Okay, rein, Jungs. Ein letztes Aufbäumen. Schaut nach Osten. Ja, wenn der Westen Osten im Dritten. Woa. Wie die immer schreien, ne? Wallah. Ja, Mann. So. Jetzt mach ich ihn nur mal. Peng, peng. Ich bin es nicht wert, sagt er. Ist auch nochmal lichtern, ja? So, hier mach ich nochmal einen kleinen Machtstoß. Darth Raider Action. Drum. Ihr macht jetzt alle weg. Ja, wie meinst du? Ja, ruhig alles weg. Es reicht jetzt. Raider der Mark. Raider der Mark. Hast du alle Helden so aufgesattelt und so? Ja, alle, die gehen, ne? Alle, die gehen, ne? Ja. Was reicht es? Raider der Mark. Was gibt es noch in diesem Spiel zu erreichen, frage ich mich, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben es erreicht. Wir haben alles erreicht. So, die Bruder ist Schrott, die Bruder ist Schrott. Jetzt mittlerweile geht es ja ohne herbeigerufene Units, ne? Zack, zack. Schön. Ich habe jetzt mittlerweile auch richtig viel Reiter. Wo oben ist noch ein Turm. Da ist noch so ein Turm. Ich werde mal ruhig. Schaut nach Westen, Süden. Wenn der dritte Tag zu Weihnachten... Der dritte Tag der siebten Sonne. Erster Advent. Im Osten. Im Osten. Ja. Ja, easy game tatsächlich, ne? Also... McGandy hat das Spiel verlassen. MC Gen... Die aller. Ja, Leute. MC Gen... Die. Jetzt vielleicht noch die Stats. Mich würden interessieren, wie viele Units wir getötet haben. Vernichtete feindliche Einheiten. Da haben wir einfach 3.800. Genau. Wir haben genau 3.800. Geil. Geil. Wir haben auch ein paar gefallene Brüder. Boah, einer wollte es aber richtig wissen. Ja, der... 1.200... Der dritte schwere Armee. Der dritte schwere Armee. Der war krass. Guck mal, gesammelte Rohstoffe. Obwohl du mehr Burgen hattest. Ja, wegen deinen... Diese Forschung ist so... Also Leute, hier die Tipp, ne? Wenn ihr mal Rank zocken wollt. Einfach Gondor. Okay. Das war ein weiteres Video. Schlacht in Mittelerde. Schaut da bei Sterzig vorbei. Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.